Chag Shavuot Sameach. Shavuot ist ein sehr wichtiges Fest, wo Gott uns nicht nur seine Tora, sein Gesetz gegeben hat, sondern auch seinen Heiligen Geist auf Jeshuas Jünger ausgegossen hat. Shavuot, was siebenen oder Wochen auf Hebräisch bedeutet und Pentecoste, was 50 auf Griechisch bedeutet, betreffen sich auf dem Zeitraum, sieben Wochen oder 50 Tage, zwischen das Passafest und dieses Fest. In der Tora wurde Shavuot uns als landwirtschaftliches Fest gegeben, um die Weizenernte zu feiern. Darum lesen wir heutzutage das Buch Ruth, eine Geschichte, die zu dieser Jahreszeit stattgefunden hat. Und wir essen Milchprodukte als Danksagung an Gott für seine Versorgung. Shavuot zusammen mit Pessach und das Laubhüttenfest waren die drei Feste, wo alle jüdischen Männer in Jerusalem vor Gott erscheinen müssen. Wir können uns nicht sicher sein, ob Gott uns tatsächlich an Shavuot seine Tora gegeben hat. Aber zeitlich passt es. Genauso wie Gottes Anweisung, den Omel, ein biblischer Maß für eine gewisse Summe Getreide, jeden Tag zwischen Pessach und Shavuot zu zählen, sodass wir den genauen Zeitpunkt des Festes wissen würden. Darum studieren jüdische Männer die Tora die ganze Nacht an Shavuot. Eins, was wir sicherlich wissen ist, dass an dem Tag, dass Gott uns seine Tora gegeben hat, starben 3000 Menschen dank ihres Ungehorsams, indem sie das Götzenbild des goldenen Kalbs gemacht und angebetet haben. Tausenden von Jahren später gab Gott uns noch etwas auch genau an Shavuot. Er gieß seinen Heiligen Geist auf die Apostel Jeschuas, die sich laut dem Gebot in Jerusalem versammelt hatten, um das Fest zu feiern. Dieses Mal hat Gott seine Tora auf ihren Herzen geschrieben, laut seinem Versprechen, das er durch den Propheten Jeremia gemacht hat. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. An dem Tag, stattdessen, dass 3000 Menschen wegen ihrer Sünde ums Leben gekommen sind, wurden 3000 Menschen Nachfolge des Messias Jeschua. Viele dieser 3000 Pilger, die nach Jerusalem für das Fest gekommen sind, nahmen mit ihnen die Botschaft des Messias zurück zu den Nationen, von denen sie gekommen waren. Eins ist sicher, Shavuot zeigt uns, dass Gottes Timing immer perfekt ist.